Liebe Freunde, willkommen zurück. Wir werden gleich hier rasten und dann wird Ikonen Bewegungsfreiheit haben. Den haben wir ja jetzt auch in den letzten Folgen, als wir ihn wieder gefunden haben, aufgelevelt. Und ja, hier auf Stufe 4 hat er dann Bewegungsfreiheit und das kann uns auf jeden Fall gegen Lähmung helfen. Auf Stufe 3 bekommt er erfrischender Schlamm dazu. Auf Stufe 2 Segen des Chameleons und lebenswichtige Organe erkennen. Auf Stufe 1 kann er den Hund dann nochmal buffen mit Säuremaul. Da gibt es dann zusätzlichen Säureschaden und magische Fänge. Da wird der Hund nochmal plus 1 auf Angriffs- und Schadenswürfe bekommen. So, dann haben wir noch Tristian. Der bekommt auf Stufe 6 Massensägen des Glücks und der Entschlossenheit. Da kann er die gesamte Gruppe buffen. Eine Minute je Zauberstufe, also 17 Minuten lang. Und da gibt es dann einen Moralbonus von plus 2 auf Rettungswürfe gegen Furchteffekte. Und da können Rettungswürfe gegen Furchteffekte auch nochmal wiederholt werden. Und auf Stufe 9 haben wir zwei zusätzliche Plätze. Einmal Massenheilung. Da können eigene Verbündete um bis zu 250 Trefferpunkte geheilt werden. Und auch von negativen Zuständen befreit werden. Und Gegner können auch geschädigt werden. Untote. Aber dann nur bis maximal... Beziehungsweise, wenn sie einen Willensrettungswurf schaffen, dann wird der Schaden halbiert. Kann ich mir trotzdem sehr cool vorstellen. Wenn man jetzt hier auch viele untote Gegner treffen, kann das sehr mächtig werden. So, dann haben wir unten noch Entzug von Lebenskraft. Eine feindliche Kreatur in nächster Umgebung. Ah. Polarnacht. Nehmen wir ruhig Polarnacht. Okay. So, und dann hatten wir in der letzten Folge das gehabt, dass die... Ja, Linsy leider von uns gegangen ist. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob sie nicht eventuell noch wiederkommt. Ich hoffe sehr stark, dass sie das tut. Aber sie hat auf jeden Fall auch ihre ganze Ausrüstung in unser Inventar gelegt, wenn man so möchte. Und jetzt werden wir einmal Octavia einen anderen Gürtel geben, damit sie auf jeden Fall an Lebenspunkten dazu gewinnt. Das ist ja jetzt fast eine Verdopplung gewesen. Dann haben wir hier Stiefel, Leichtfüßigkeit, Plus 5 auf alle Heimlichkeitswürfe und die Fähigkeit, einmal täglich in Zauberdimensionstür als Magier der Stufe 7 zu wirken. Also, dass man sich von der ganzen Gruppe einmal wegteleportieren kann. Dann haben wir bei Christian, da können wir jetzt einiges noch zuweisen, weil... Ja, da hat halt Feuer... Hat man nicht die Möglichkeiten gehabt. So. Wir haben hier, stehen auf der geistigen Perfektion, Plus 6 auf alle geistigen Attributswerte, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Das bekommt Octavia. Christian behält die Gebetsrolle, Plus 2 D6 beim Gruppenheilen. Und dann können wir hier noch ganz viel zuweisen. Ja, auf jeden Fall hier den Schutzring, Plus 5. Aktuell trägt er nur eine, Plus 1. Als Umhang hätten wir hier einen Umhang, der natürliche Rüstung spendiert. Na gut, immerhin. Als Amulett. Was bekommt er für ein Amulett? Eine Aura des Nichts. Ja gut, im Zweifelsfall könnte er die aktivieren. So. Ähm, ein Gürtel. Perfekter Körper. Ne. Körperbewegung, Plus 4 auf Stärke und Geschicklichkeit. Ah. Handschuhe haben wir auch noch welche. Handschuhe des Schreibers. Eine Rüstung. Eine Robe kann er tragen. Robe des trügerischen Todes. Ne. Die möchte ich ihm aber nicht anziehen. Okay. Oktabel könnte das Kettnamb tragen. Das möchte ich aber nicht, wegen der Arcan und Zauberfehlschlagschance. Ähm. Tja. Begonger bekommt das strahlende Kettnambt. Wir sortieren hier nochmal nach preisabsteigend. Genau. Hier. Der Wüfern. Der wird auch stärker. Je stärker unsere Charaktere werden. Das ist der letzte Satz in der Beschreibung. So. Und den bekommt ruhig Elras. Und dann haben wir hier noch ein Item. Die Fesseln des Fürsten. Ähm. Die bekommt. Die Fesseln bekommt Valery. So. Bei Valery schauen wir auch mal, dass die Fähigkeit hier ziemlich. Ja. Okay. Das ist nämlich ganz cool. Ähm. Wenn Valery Schaden bekommt. Dann bekommt das Ziel von den Fesseln. Auch Schaden. Zudem fügt die Kette der verstrickten Kreatur jedes Mal, wenn der Träger Schaden erleidet. Mit die Hälfte dieses Schadens zu. Okay. So. Und dann rasten wir. Ja. Lager aufschlagen. Können wir hier überhaupt rasten? Ja. Wir können wahrscheinlich nicht jagen. Also müssen wir Rationen verwenden. Schauen wir mal. Lager Tarnung. Kochen können wir nicht. Dann können wir Octavia auch ruhig hier bei der Lager Tarnung zuweisen. Dann machen wir es nochmal so. Nein. Ähm. Okay. Zauber werden wieder hergestellt. Okay. Darum ging es ja eigentlich. Das passt. Attributschäden haben wir ja, glaube ich, keine. Das sieht alles gut aus. Und. Dann werden wir uns jetzt einmal durchbuffen. So. Personen vergrößern bei Eregunga selbst. Genau. Dann haben wir auf jeden Fall die Arcane Waffenverbesserung. Magierrüstung hat Octavia zweimal. Ähm. Ja, Leute. Jetzt wurden wir ja. Wurde die Gruppe so wild zusammengewürfelt. Da muss ich mich halt erstmal dran gewöhnen. Ähm. So. Todeschutz dreimal. Da haben wir auf jeden Fall immer Valeri genommen. Und Valeri. Und die ganze Gruppe bekommt auf jeden Fall auch Schutz gegen Geld. Valeri bekommt noch einen Rüstungsfrau. Ähm. Rüstungsfrau. Du hast mich nicht auf jeden Fall. Und die ganze Gruppe kommt auf jeden Fall. Das sind die Rüstungsfrau. Das sind die Rüstungsfrau. Das ist die Rüstungfrau. Das ist die Rüstungfrau. Das ist die Rüstungfrau. Das ist die Rüstungfrau. Und dann würde ich sagen, machen wir auch erstmal weiter. Achso. Moment, eine Sache. Bewegungsfreiheit. 10 Minuten je Stufe. Irgendeiner kriegt jetzt Bewegungsfreiheit. Wer ist denn... Früher war Ikun unser Hauptdamage-Dealer. Ich weiß ja noch. Ja, kommt. Vertrauen wir mal auf ihn. Da kann er ja nicht gelähmt werden. Und dann machen wir weiter. Erstmal speichern. So. Ein Kurzbogen. Kann Tristan einen Kurzbogen tragen? Nein. Octavia kann aber einen Kurzbogen tragen. Und... Christian kann einen Armbrust tragen. Da haben wir es doch. Gut. Aufstellung mal anschauen. Ah. So. Du schützt die Flanke von Octavia. Octavia. Oh. Okay. Okay. Das war's für heute. Außer am Rande der Zeit. Jetzt einfach ein Schockwerk weiter oben. Ähm... Ne, Moment. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt haben wir eine volle Gruppe. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Sachen... ...schaffen, die wir vorher nicht geschafft haben. Da wäre einmal der Troll. Und Tim war vielleicht auch noch das eine oder andere nicht abgeschlossen. Ja. Okay. Da ist auch noch weiter. Aber erstmal jetzt den Troll besiegen. War hier richtig? Nein. Ich hab den einen Waff nicht angeworfen. Meine Güte ist hier viel drin. Das hier. Massen, Segen des Glücks und der Entschlossenheit. Oh Mann, Leute. Das heilige Schwert. Ja, besser gegen böse Ziele. Ja, kommt dann Waffen wir jetzt noch Icon. Und diesen Anfänger-Skill hier. Zauberstufe 1 tauschen wir... ...einmal aus. Und dann wir... ...wir können wir Massen, Segen des Glücks und der Entschlossenheit. Dann nochmal speichern. Und dann wissen wir, was uns jetzt erwartet. Missgestalteter Troll. Wir können eine ganz klassische... ...Eröffnungsserbe mal durchführen. Okay, Regonge, du bleibst stehen. Erstmal. Confide in mich. Ähm... So. Ja, okay. Icon bekommt noch den Orkanbogen. Der hält noch länger an. Wir... ...waffen den Hund noch. Ähm... Moment. Äh, Säure-Maus-Persönlich? Ist der Angriff für deines Tiergefährten? Schäte da. Also... ...das müsste ja... ...auf seinen Tiergefährten gehen. Schäte auch da. Der Hund bleibt aber trotzdem erstmal erschienen. Ich möchte schon, dass Waldiräder enttankt. Dann bei allen einmal die Automatik ausstellen. Und dann greifen alle, die jetzt eine Fernkampfverfahrung haben, greifen einmal an. So. Nein. Du sollst auch hier mit dem Bogen angreifen, Octavia. Oh man Leute, ey. Alle daneben geschossen. Ja gut, dann mach mal das, worauf ihr euch speziellisiert habt. Und... Ihr könnt alle angreifen. So, da hat auf jeden Fall jemand gekrittet. 91 Schaden, ihr konntet. Jawoll. Sehr cool. Erzfeind, riesenhafte Humanoide. Und... ...plus 5. Das seht ihr bei Metallfresser. Das ist die... ...Förfenverbesserung. Das heilige Schwert. Regonga. Ist der Immun gegen Kälte mit Sicherheit nicht, oder? Komm, geh mal hier... ...nimm mal kalte Hauch. Hat das auf. Oh nein, Alter, ja, ja, ja. Bei uns ist alles stabil. So, kalte Hauch ist aktiv. Jetzt einmal mit Dimensionsschlag. Leute, wir wissen noch, wie es geht. Oh Mann, er gleich krittet der hier und haut uns alle um. Ja, jetzt hat er nämlich gegen Berührung gekämpft und da ist er richtig stark. Wir können jetzt auch mit Octavia noch die, ähm, sengenden Strahlen einsetzen. Octavia macht sich aber einmal unsichtbar und dann kommen die sengenden Strahlen zum Einsatz. Ehm, Valerie, Verteidigungsverhaltung. Ach, wir hätten auch verschrecken können. Okay. Ah, jetzt hält er sich um 150. Valeria hat eine RK von 62. Ähm, Moment, weil die Automatik anmachen. Der Gunger muss angreifen. Der ist im Mund gegen hinterhaltige Angriffe. Und im Mund gegen Feuer. Okay. Ja, okay. Dann. Dann. Greift Octavia mit Kälte an. Polarstrahlen. Jawoll. 70 Schaden durch Octavia. Auf falschen Fuß und Berührung. Hat er nur eine 15. Und Octavia kann um Zauberresistenzen zu überwinden. Hat sie schon einen Grundmodifikator von 24. Ja, okay. Aber wir könnten mit Tristan sicherlich auch noch das ein oder andere hier an Damage raushauen. Ähm. Boah, der heilt halt die ganze Zeit. Er hat sich schon wieder um 150 geheilt. Und wir verwenden dann einmal Knochen zerschmettern. Okay. Ähm. Polarschalten ist hervorragend. Aber davon hat sie jetzt leider keine mehr. Wir können dann einmal neu aufladen. Und wie sieht es bei Regonga aus? Ähm. Nochmal mit Dimensionsschlag. Ähm. Und hier jetzt einmal die bebende Knochen in der Automatik. Boah, der heilt sich zum dritten Mal um 150. Und der Polarstrahl war halt wieder super. 79. Okay, aber Polarstrahl haben wir jetzt keine mehr. Ähm. Magische Geschosse sind wahrscheinlich extrem schwach. Aber wir können es mal ausprobieren. So. Ähm. Er ist Immun gegen hinterhältige Angriffe. Also dass lebenswichtige Organe erkennen. Bringt in dem Sinne nichts. Ja. Ähm. Valerie wurde bisher noch nicht einmal getroffen. Die Fesseln des Fürsten. Ah, okay. Wir werden es trotzdem mal jetzt hier anwenden. Können auch den Wüfern beschwören. 8, 10, go! Die magischen Schotze machen ein bisschen Schaden. Ah. Okay. Ähm. Wir bebende Knochen noch einmal. Immun gegen Feuer. Hier nochmal Dimensionsschlag. Oh, vielleicht ist er nicht Immun gegen Blitz. Aber Rigonga würde von der Distanz aus würde er auf jeden Fall eine Gelegenheit dann gefressen. Ansonsten könnte er halt 6x Blitz wirken. Ähm. Ich mach erstmal mit Dimensionsschlag weiter. Und hier wirken wir... Ähm. Moment. Hat. Moment. Das ist ja mittlerweile... Moment. Moment. hat er nicht und zwar er trifft hier mit fernkampfangriffen trifft er schlechter bei bebenden knochen braucht er aber keinen erfolgreichen fernkampfangriff wir machen jetzt so weiter 20 schaden das war es dann erstmal so hier polarnacht wenn wir polarnacht so wirken dass unsere eigene leute davon nicht getroffen werden ich glaube nicht ob da hinten gleich doch er will fahren steht da jetzt es wird nix blitz gewitter trifft nur gegner da muss aber auch in reichweite sein ja trifft nur gegner und er ist da und müssen wir noch einmal mit irgendwas treffen ich glaube hier blitzschlag könnte ganz gut sein und man leute und das war ja mal in der automatik ist jetzt noch gekillt kriegen regeneriert noch oder fischkeitsrettung bei den gnadenstürzen oh man leute wir wissen nix über den regeln regeln regeneration säure und feuer haben wir soll haben wir säure angriff wir haben noch mit sicherheit einen säure angriff ja die säure spritzt sie in die automatik zack und dann ist er down ja schufa 0 zauber der erledigt den retten erledigt sehen wenn ich früher mal mit säure arbeiten sollen glaube ich er das könnte sehr stark ja attributschaden minus 15 wo ich hier leute aber wir haben es geschafft wir brauchen die heilung da oben heilung für elras muss eigentlich funktionieren das sieht doch mal dass sie doch mal richtig cool aus auf flammender langsperr plus zwei dann haben wir eine ritterrüstung plus fünf gürtel des perfekten körpers plus acht stärker geschicklichkeit und konstitution stiefel des semantikors jetzt immunität gegen lähmung das wäre perfekt gewesen aber das gibt es hier leider nicht aber wir haben plus zehn auf geschwindigkeit und plus vier auf die natürliche rüstung dann haben wir ein amulett der verdammung schaden soll es denn zehn ausgenommen gut das kann man kombinieren wer stiefel des semantikors bekommt der braucht keine heilung karte mehr die natürliche rk gibt und entsprechend kann man dann das amulett verwenden also die beiden in kombination und resistenz umankt plus sechs sehr cool sehr gut das hat sich hier lohnt so den neuen gürtel bekommt elras man könnte den gürtel auch ihr kunden geben was hat denn der kunden gerade korgats gefesselte food verbesserungswohnung das plus sechs auf stärker woher bekommt der kundin die geschicklichkeit durch den schlokopf okay einfach mal so eine kleinigkeit ändert dann hat das auch wieder vieles abhängiger Aber er hat nur Resistenz plus 1 Dann kriegt er jetzt Resistenz plus 6 Ja und dann die Geschichte mit den Stiefeln Und dem Okay Mal schauen Da haben wir natürlich Rüstung plus 3 Ein Trägerunger trägt noch keine Stiefel Das heißt wenn er jetzt die Stiefel bekommt Dann kann er das Amulett bekommen Boah das Amulett sollte er eigentlich Weil er lieber bekommen Achso Fesseln des Fürsten Trotzdem Das hat keiner die Fesseln Ach wir haben zwei Mal Schiffe des Manticores Okay Ja dann können wir es so machen Dann hat Rigonger die Fesseln Achso Octavia hat ja bereits plus 6 auf Charisma und Intelligenz Also sie braucht den Umhang nicht Ah die Rettungswürfe haben sich nicht geändert Und geistige Perfektion Kommt sie nur bei Weisheitenbonus Weil Weisheit brauchst du glaube ich nicht Ja Dann könnte sie also wiederum ein anderes Kopfteil tragen Und einen anderen Umhang Oh ist das alles kompliziert weiter Hat sie davon jetzt überhaupt Profitiert sie davon überhaupt gerade Was hier auf die Konstitution Einmal das bringt gerade gar nichts Wegen das Gürtelz der besser ist Monsterer bei Zauernstoffe 5 Naja gut Kommt wir ziehen das mal aus Damit wissen wir Falls wenig einen coolen Umhang finden Kann Octavia den verwenden Und Kopfschmuck wäre halt Weisheit Wenn wir irgendwas mit Weisheit haben Wahrscheinlich hatte sie das Deshalb auch so getragen gehabt Okay Hier Schelm Das geht natürlich auch Plus 1 auf Angriffswürfe Gegen Gegner die auf dem Falschen Fuß erwischt wurden Oder in die Zeit genommen wurden Ja Das ist doch gut Okay Ja cool Das hat sich mal gelohnt Das sammeln wir alles ein Und dann Gehen wir direkt die nächste Herausforderung an Und das sind diese Geister Die wir ausgelassen hatten Eine Ebene tiefer Hier Das werden wir aber dann bei der nächsten Folge machen Da war Eras ja noch alleine gewesen Damals nicht geschafft Aber jetzt einfach zu sechst Das wird ja wohl funktionieren Mach's gut Leute Zum nächsten Mal Bye bye